Da! Sie holen uns ein! Battlemachs! Sie fliegen zwei schwere Machs ein. Sie sind schneller als wir. Sie werden uns einholen. Wir können nicht entkommen. Wir müssen es versuchen. Ihr haltet euch genau an meinen Befehl. Ihr holt sie ein und dann schneidet ihr ihnen den Weg ab. Krinn! Ist Dugan einsatzbereit? Bin gleich soweit. Wir gehen in Deckung. Mist! Ihre Feuerkraft ist einfach zu stark! Zwei von denen sind genau einer zu viel. Die Feuerkraft ist einfach zu stark! Das ist ein Volltreffer! Schaut da drüben! Grillen! Zwei Platoons Verstärkung, die können wir nicht alle besiegen. Es sind einfach zu viele, die müssen weg. Grillen! In die Fahrzeuge! Ich halte sie auf! Haben wir verstanden? Los! Los! Weg! Zum Angriff! Vorwärts! Los! Schnappt sie euch! Haltet sie auf! Scheiße! Sie sind entkommen! Sie sind entkommen! Ich kann nicht verstehen, wie ein mittelschwerer Mech und einige Hippies, zwei schwere Mechs, zwei Helikopter, zwei Platoons und einen leichten Panzer besiegen können. Dramatische Keks Dramatische Keks Vielen Dank.